So, Elli läuft vor. So, das seht ihr. Elli läuft vor. Jetzt ist sie nicht mehr zu sehen. Ich pfeife und na komm. Ja, super. Fein. Sehr schön. Prima. So, hier sieht man jetzt, ich bleib stehen. Elli bewegt sich nicht weiter, weil ich stehen bleib. Ja, sie auch. Ona ist ohnehin in meiner Nähe. Elli bleibt stehen und wartet darauf. Was jetzt passiert? Was ich ansage? Elli, hier lang! Elli! Und schon kommt sie. Elli! So ist fein. Seht ihr? Prima. Super! Ich wechsle die Richtung. Elli, hier lang! Elli kommt. So, auf diesem Feldweg driftet Elli immer gerne mal ab auf die Felder. Ein Stückchen darf sie. Elli, wir gehen hier. Elli! Sie hat eben nachgefragt. Und ich habe jetzt gerade gesagt, dass wir hier bleiben, hat sie super gemacht. Elli! Elli! Komm hier! Jetzt guckt sie. Da hinten stehen immer die Rehe. Sie ist aber nicht losgelaufen. sehr schön. Und kommt zurück. Ich gehe jetzt extra ein paar Schritte rückwärts, um sie mitzuziehen. super! Sehr schön. Elli, nicht auf diesem Feld. So, hier ist gerade ein Feld, was frisch gedüngt ist. Elli! Aus! So ist fein. Sehr schön. Da läuft sie jetzt los. Wie man sieht. Es kommt der Pfiff. Sie kommt zurück. Ja, 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 ja. Sie wird motiviert. Sie wird motiviert. Jawoll!